Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns genau die gleiche Wetterlage wie heute. Bei einem Sonne-Wolken-Mix klettert das Thermometer am Samstag gerade einmal auf 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf ziehen Wolken ins Sendegebiet, aber die Sonne kämpft sich immer wieder durch. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei gerade einmal 9 Grad. Auch der Start in die neue Woche gestaltet sich recht angenehm. Temperaturseitig sind am Montag leider nur 8 Grad zu erwarten. In der Nacht auf Dienstag müssen wir dann noch einmal mit Frost rechnen. Holen Sie die Blumenkübel also nochmal ins Haus. Am Dienstag dürfen wir uns dann schon mal auf Tageshöchstwerte um die 12 Grad freuen.